Hallo ihr Lieben, willkommen zum zweiten Teil von der Demo zu 4Evelyn. Ja, wir gucken mal, wie weit uns Demo noch bringt, was sie uns noch erzählt. Wir sind an unsere Taverne zurück und wir werden jetzt erst mal dem Percival sagen, dass sein Vermieter sehr gerne trinkt. Genau, ich habe mit Mr. Virion verhandelt schon wieder. Ich danke dir so sehr, Johanna. Hier hast du mein Trinkgeld. Ich brauche es nicht mehr. Du solltest lieber mal anfangen, damit dein Geld zu sparen, anstatt es die ganze Zeit zu versaufen. Ein Problem für einen anderen Tag. Ja, er zwinkert auch sehr langsam, ne? Das passiert mir auch, wenn ich zu viel getrunken habe. Also muss aber schon sehr viel sein. Oh, wir können ab. Ja gut, dann nehmen wir diesmal Resolve, nachdem ich keine Ahnung habe, was ich hier tue. So, gibt es denn hier eigentlich noch irgendetwas? So, da haben wir auf alle Fälle wieder Edwin. Willkommen zurück, Liebling. Hast du etwas Schönes für Evelyn gefunden? Ja, habe ich. Ich hoffe, sie mag es. Ich bin mir sicher, das wird sie. Bist du ready für die Party mit den Heiratswilligen? I'm ready. Jawohl. Dann zeig mal her. Oha. Die Heiratsanwärter mögen jetzt ihre Geschenke präsentieren. Ja, wenn das so läuft. So, der hier hat Blümchen. Ach, Lady Evelyn, ich bin Jacob. Bitte akzeptiere diese Rosen. Ich habe sie selbst für dich gepflückt. Hab Dank, mein Lord. Aber Blumen sind mir scheißegal. Ich mag Blumen nicht. Oh nein, jetzt ist er traurig, der Jacob. Was hast du? Hallo, my lady. Ich, anders, habe einen Bären für dich gejagt. Ich habe diese Steaks für dich vorbereitet, dir zu ehren. Akzeptiert mein sehr seltsames Geschenk. Das heißt nicht humble, aber es ist trotzdem ein sehr seltsames Geschenk. Bitte? Ah, ich esse nicht mal Fleisch. Der arme Bär. Oh, Mann. So, und du? Demetrius. Demetrius weiß, was die Frauen mögen. Oh, diese Juwelen habe ich selbst aus einer Grabkammer gesammelt. Von den alten Königen in der goldenen Wüste sind sie nicht wundervoll. Also, bist du als ein Grabräuber. Nein, danke. Milady, ich bin Miranda. Soll das jetzt eine Frau sein? Es freut mich, euch kennenzulernen. Äh, entschuldige bitte, aber ich habe nichts anderes anzubieten als meine Hand. Ich kann nur versprechen, ähm, mein Bestes zu tun, um euch glücklich zu machen, wenn ihr meinen Antrag akzeptiert. Ah, das klingt ja schon fast nett. Das ist überraschend. Ich werde darüber nachdenken. Oh, so und dann haben wir da dich. Oh Gott, Aragorn. Er ist vertont, er wird's. Also, meine Lady Evelyn. Mein Name ist Aragorn. Warum denn ausgerechnet Aragorn? Aragorn Maxwell. Ähm, ich, ich bin erfreut, euch die Aufwartung zu machen. Das ist für euch. Ach, da schleppt er glatten Magiestein an. Ja, warum würdest du denn ihr sowas schenken? Einfach so? Ha, well, I don't believe in the usual offerings that my readers are accustomed to. I'd rather offer something practical. I could teach you how to use that thing. Okay, also, äh, schenkt lieber was Praktisches, das man auch verwenden kann. Das ist ungefähr so wie heutzutage ein Haushaltsgerät. Aber er würde uns sehr gerne beibringen, wie man diesen Magiestein verwendet. Wer würde das nicht gerne? Okay, unsere Evelyn überschlägt sich grad. Also, die freut sich echt. Aber klar, ich mein, sie wollte schon immer Magie ausüben. Ich würd's auch machen, wenn ich könnte. Und ja, diese Dinger sind scheinbar sehr selten und hart, also, äh, schwer zu bekommen. Und sie will wissen, wo er den her hat. Na klar. Ein Geheimnis. Vielleicht erzählt das uns irgendwann mal, aber er möchte jetzt rausgehen und uns ein paar Sachen beibringen. Ja, das glaub ich. Er zwinkert ja auch so. Natürlich ist die Evelyn total hingerissen. So, ja. Sieht so aus, als ob sie ihre Wahl getroffen hätte. Wie fühlen wir uns denn damit, als Mama? Er scheint ein netter Kerl zu sein, aber gleich einen Magiestein. Die Dinger sind ja nicht ungefährlich. Der Edwin, der ist so die beschwichtigende Stimme in unserer Beziehung, habe ich den Eindruck. Er würde sich jetzt keine großen Sorgen machen. Er ist sich sicher, dass die Evelyn damit umgehen kann, weil sie ja auch kein kleines Kind mehr ist. Ich weiß, aber ich fühle mich einfach, dass sie vielleicht erst meine Verlust haben. Ja, aber, also, die Johanna hätte es gern gehabt, dass sie um Erlaubnis gefragt hätten, aber mal ehrlich, die ist ja jetzt auch 18, ne? Du kennst junge Leute. Sie sind enthustig über diese Dinge. Du musst nicht befreien. Sie ist eine smarte Mädchen. Und wundern sie, wird sie ihn in die Gesichter, wenn er sie falsch behandelt. Aber Edwin findet, dass die jungen Leute so sind und dass sie sehr enthusiastisch über solche Dinge sind und dass die Johanna keine Angst haben braucht, weil die Evelyn ist ein kluges Mädchen. Und ja, er ist der Meinung, die wird ihm eine reinhauen, wenn er sie nicht richtig behandelt. Ja. Okay, was denn als nächstes? Naja, also, das ist ja das Mindeste. Genau, also, die anderen Heiratswilligen, die haben ja einen Anreiseweg gehabt. Die kriegen jetzt Kost und Luschi und Fahrgeld. Ähm, und da müssen wir uns jetzt drückkümmen. Gut. So, wir haben hier ein paar Gäste. Na? Armer Jacob. Er war sich so sicher. Ja, das kommt davon. Oh Gott. Keiner liebt mich. Oh nein, armer Jacob. Ich brauche noch einen Drink. Ach, Evelyn ist so hübsch. Kein Wunder, dass so viele Heiratswillige um ihre Hand angehalten haben. Das ist der Anders. Wer isst schon kein Fleisch? Ja. Das ist eine berechtigte Frage. Ja, und hier hat jemand Pandora besucht. Okay. So, was haben wir hier noch? Den Demetrius. Vielleicht sollte ich diese Juwelen verkaufen. Ja. Unterbrich nicht meine Gedanken. Nein, Entschuldigung. Das sind lauter Gäste. Eine schöne Party. Aber wo sind meine Freunde? Das Essen ist so gut. Hast du den geräucherten Lachs probiert? Ich mag Katzen. Ja, und kostenloses Essen ist immer gut. Der Meinung bin ich auch. So. Also, wir sollen die Zimmer preparen. Können wir das direkt in den Zimmer? Ah, nee, da ist ein goldenes Ausrufezeichen da drüben. Gehen wir da mal hin. So, frische Betttücher für die Zimmer. Dann machen wir das mal. Ah, es ist... Oh, oh. Das Schwert. Das Schwert. Oh. Oh, oh. Ah, unangenehm. So, wir casten Magic. Okay, gut gemacht. Wir lernen schnell. Das ist also die Fähigkeit, Objekte zu bewegen. Aus der Ferne. So, und er lässt Pflanzen wachsen. Okay. Wachstumsmagie, okay. Das ist ziemlich großartig, nicht wahr? Ich habe nie so etwas wie das vorher. Lass uns noch etwas mehr probieren. Okay, und Evelyn ist immer noch total begeistert. Die hat sich noch nie so gut vorher gefühlt und möchte noch viel, viel mehr ausprobieren. Nein, ich werde mich nicht zu sehr interessiert. Okay, aber der Eragon, der pfeift uns ein bisschen zurück. Wir sollen jetzt nicht so sehr hier aufgeregt rum experimentieren, weil diese Magiesteine Kopfschmerzen und ich schätze mal, dass es Schwindel sein soll, verursachen können. Oh, vor allem für jemanden, der so unerfahren ist. Und er möchte den Rest der Nacht mit uns durch die Stadt spazieren. Okay, ja, wo willst du denn hingehen? Hast du denn die Stadt von der alten Belltower gesehen, zum Beispiel? Ah. Ich kann uns da hin. Er will auf den alten Glocken, Glocken, Glockentüren klettern. Niemand kann da hin gehen. Die Tower könnte auf jeden Fall fallen. Okay, scheinbar ist es aber verboten, auf das Ding zu klettern. Ja, nein. Ja, nee. Nein, ich sage nur, sie schützen den Tag und Nacht, damit die Kinder nicht auf den Glocken gehen. Wie würdest du uns über die Glocken bringen? Okay, scheinbar wird der Turm bewacht, Tag und Nacht, um die Kinder davon abzuhalten, da hochzuklettern. Und sie fragt sich, wie er diese Wachen umgehen will. Ja, das glaube ich. Komm, ich zeige dir. Dass er seine Wege hat. Na gut. Die hat er weggesprengt. Okay, die Wachen sind weg. Vielleicht hat er sie auch gestorben. Verzaubert. Umgebracht. Oh mein Gott, es ist... Es ist... Es ist wunderschön. Ich habe nie die Stadt so gesehen. Das sind schon sehr viele Sternschnuppen. Perfekt Timing, too. Schau auf. Oh. Falle Sterne. Ich habe nie so viele auf einmal gesehen. Meine Mutter hat mir immer erzählt, dass es Engels sind, die vom Himmel fallen. Oh. Um unter uns Sterblichen zu leben. Ja. Da kommen dann also diese Magiesteine her. Ich nenne sie jetzt einfach Magiesteine. Das ist wahrscheinlich falsch übersetzt, aber es macht einigermaßen Sinn. Also im Normalfall verbrennen diese Sternschnuppen zur Asche, bevor sie den Boden berühren können, aber manchmal findet man kleine Stücke von diesen Magiesteinen und deswegen sind die auch so selten. Ja, woher weißt du denn, dass du das alles weißt? Meine Mutter war eine wundere Frau. Sie hat mir alles, was ich weiß. Oh. Sie ist... nicht mehr rum. Okay. Oh. Ich bin so sorry. Ich... ich wusste nicht. Ja, woher denn auch, Evelyn? Es ist okay. Lass uns das Show einfach mal aufhören, während es dauert. Das passiert normalerweise nur einmal im Jahr. Na, da haben wir aber Glück, dass wir diese eine Nacht im Jahr erwischt haben, wo das passiert. Aragorn. Danke, dass du mich hierher bringst. Ich mag es wirklich. Da hat sich aber jemand schnell verknallt. Ich bin glücklich. Also, bedeutet das, dass du meine Proposal akzeptierst? Ja, und jetzt fragt er zumindest noch mal nach, ob wir uns einen Antrag annehmen. Und natürlich tut sie das. Ich würde gerne, dass du mehr kennst. Gleichzeitig, meine Frau. Gleichzeitig. Ja. Oh, sie haben halt ein Händchen. Ach ja, naja. Es ist schon irgendwie niedrig. So, jetzt haben wir aber noch das Problem, dass wir dieses Schwert da haben. So, außerdem wollen wir der Evelyn ja noch den Dolch schenken. Okay, und bevor wir den der Evelyn schenken, sollten wir sicherstellen, dass wir das auch noch beherrschen, um es der Evelyn auch beibringen zu können. Wir haben eine Trainingspuppe im Keller. Da können wir das testen. Okay, Edwin schreibt scheinbar Geschichten. Er erzählt viel von Abenteuern, als er noch jünger war. Ja gut, haben wir unser Schlafzimmer inmitten von den Gästezimmern? Das ist auch irgendwie seltsam. So. Was haben wir denn hier alles rumstehen? Nichts, was wir anklicken können, aber da haben wir eine Trainingspuppe. Edwin hat hier auch trainiert, als er noch jünger war, aber sein Rücken macht ihm inzwischen zu schaffen. So, und wir wollen wissen, ob wir es noch drauf haben. So. Oh, Quicktime-Event. Wer ist die? Oh Gott, wer ist die? Da bin ich ja jetzt nicht so fit drin. Okay. Geht einigermaßen. Ist jetzt auch nicht so schnell. Ja. Gibt's der Puppe. Ja, das ist genug. Hm, unsere Finesse hat zwei Punkte zugenommen. Sieh an, sieh an. So, was ist denn unsere nächste Aufgabe? Okay. Äh, Evelyn hat also einen Anwärter, ähm, ja, akzeptiert. Und der Vater sollte bald ankommen in der Taverne. Und wir müssen mit Edwin reden. Hm, können wir eigentlich rennen? Ja, ja, können wir. Ja, ja, können wir. So, wann am I going to meet Aragons father? I believe there's to be some sort of formal arrangement. Okay, ja, weil wir müssen ja noch das, äh, ja, die Beziehung quasi offiziell machen. Yes, both families have to approve the engagement. Okay, beide Familien müssen zustandein. Und dann gibt's noch eine Wanderschaft. Pilgrim... Ja doch. Oh, yes, that. Why does everything have to be so complicated? Can't they just be together and that's it? Johanna hat sich scheinbar noch nicht so richtig an die Regeln dieser, dieser noblen Gesellschaft gewöhnt und findet das alles recht kompliziert und fragt sich, warum die beiden nicht einfach zusammen sein können. Es ist nicht so einfach mit den Noblen. Sie müssen die Pilgrimierung zu den heiligen Seiten unserer Götter, um in ihren Augen zu beobachten zu werden. Okay, und die müssen quasi diese heilige Wanderschaft machen, um vor den Göttern, vor den Augen der Götter quasi als Paar zu bestehen. Das ist die wichtigste Reise ihrer Leben, und das wird auch ihre Kompatibilität testen. Ja, das stimmt allerdings. Okay, wenn sie nämlich diese sechsmonatige Wanderschaft gemeinsam überstehen, dann wird es auch die Beziehung überstehen, weil ich glaube, da kannst du dir ziemlich auf den Nerv gehen. Okay, es ist fast Mitternacht, aber wir gehen ja auch noch spazieren und gucken Sternschnuppen. Aber ich glaube, da kommen wir gerade an. Ja, da sind sie wieder. Genau, wir haben Sternschnuppen geschaut. Ja, weil Hannah nicht so romantisch ist. Ja, der Edwin ist doch eigentlich ein ganz netter, ne? So, und jetzt wollen wir noch das Geschenk übergeben. Keiner würde da jetzt Nein sagen. Natürlich haben wir die Evelyn gut behandelt. Genau, wann können wir denn den Herrn Papa erwarten? Okay, also, der Eragon will einen Raben lossenden, der ihm die guten Nachrichten überbringt, dem Herrn Papa, und dann wird er bald hier in der Taverne ankommen. Genau, er verzieht sich jetzt auf sein Zimmerchen. Also, was hast du mir getrunken? Ja. Okay, also die Evelyn freut sich sehr über ihren Dolch. Sie findet ihn sehr schön. Ja, und wir sind der Meinung, dass die Evelyn jetzt auch endlich mal mit einer Waffe umgehen können. Oh, yes! Thanks, Mom! You're the best! Ja, wedel mal nicht so rum mit dem... Genau, sei vorsichtig damit. Okay. Nächster Tag. Das heißt, da kommt ja dann vielleicht auch schon der Herr Papa an. Ja. So, wir quatschen wieder mit dem Edwin. Wegen dem Herrn Eragon. So, der Lord Maxwell kommt heute an. Und, äh, ja, wir warten einfach mal hier mit Edwin. Willkommen, mein Lord. Ja, Willkommen. I hope the journey went well, Father. Genau. Yes, yes. Oh, oh. Well, where is she? Wo ist sie denn? Please, come in! Evelyn and her Mother are waiting for us inside. Mhm. Der Lord Maxwell. Bei dem kippt die Johanna jetzt bestimmt vom Schulstuhl. Du kannst mich Norman. Norman Maxwell. Norman Maxwell. Mein Lord? Ah, ja. Und diese junge Frau muss Evelyn sein. Mein Sohn hat viel zu sagen über dich. Und es scheint, dass er nicht zu verabschiedet hat. Ein Freude. Genau, du musst Evelyn sein. Mein Sohn hat viel über dich erzählt. Beziehungsweise wahrscheinlich mit dem Raben geschrieben. Und er hat nicht übertrieben eine Freude, dich kennenzulernen. Gleichfalls, ja. Ja, dein Raum ist für dich vorbereitet. Ja, dein Raum ist für dich vorbereitet. Ja. Ah, das geht nicht gut. Das geht nicht gut. Es ist lieb, dass er nachfragt, ob wir finden, dass der Aragorn zu unserer Tochter passt. Er scheint zu sein. Das ist alles so neu für mich. Ich... Ja. Okay, scheinbar sucht der Aragorn auch schon ein bisschen länger nach der passenden Angetrauten. Und der Lord Maxwell würde sich freuen, wenn wir dir Arrangement zustimmen würden. Und was über die Pilgrimage? Ich bin Angst, dass meine Tochter in der Welt rauslassen würde. Ja, ich glaube, das Problem hat jede Mama. Aber gut, so eine sechsmonatige Wanderung ist ja natürlich auch nochmal was anderes. Ha, du musst nicht rischieren. Ich trainier mich selbst, um eine Schwung zu benutzen. Er kann Evelyn schützen. Ja, so eine Wanderung sollte vielleicht vor dem ersten Schnee abgeschlossen sein, weil ansonsten wird es ein bisschen unangenehm. Sehr gut. Ich verabschiede die Aragung. Okay. Wir stimmen zu, obwohl wir ja eigentlich ein ungutes Gefühl haben. Das finde ich jetzt ein bisschen seltsam. Gut, also ist es beschlossen. Ha. Ja. Sie schiebt jetzt vor, dass sie frische Luft schnappen muss, aber eigentlich hat sie einen Flashback gehabt. Ah. Sie hält es für Visionen, aber ich sage, es sind Flashbacks. Und sie hat ein schlechtes Gefühl, wegen Lord Maxwell. So. Und jetzt hat sie auch noch vor, sein Zeug zu durchschnüffeln. So. So. Was finden wir jetzt da? Was ist das? So. Oh, es geht auch noch um Hexen. Der rote Baron ist er also. Also ich würde jetzt da persönlich nichts rauslesen können, was darauf hindeutet, dass er das ist, aber sie kann bestimmt was damit anfangen. Oh, oh. Johanna. Genau. Was machst du hier? Schnüffeln ist nämlich nicht schön. Oh, ich... Mein Lord, ich war... Was hast du da? Du solltest besser wissen, als zu über eine noble Beziehung. Man schnüffelt einfach nicht. Nein, nein. Ich war sicher, dass die... Ich bin sorry, ich... Sag mir, warum? Ja, und jetzt will er natürlich wissen, wieso. Ja? Du warst es? Also ihr war es? Ihr habt Oron gekillt? Ihr habt Evelyn's Vater. So, und jetzt macht sie ihm natürlich die schwerste Vorwürfe, dass er mit seinen Männern das Zirkus-Camp überfallen hat. Er stellt sich ahnungslos. Er sagt, er hat keinerlei Ahnung, von was sie da spricht. Aber sie glaubt, die Rüstung und das Schwert eben wiederzuerkennen. Okay, aber vor zehn Jahren sagt er, war er einfach nur ein einfacher Soldat und gar nicht in der Position, so eine Attacke zu kommandieren. So. Und jetzt schmeißt sie die beiden raus und sagt, Die Verlobung ist aufgehoben. Na, da wird sich die Evelyn aber freuen. Ja. Okay, und sie widerruft. Hm. Ja, aber Johanna will nicht, dass ihre Tochter einen Mörder, also den Sohn eines Mörders heiratet und schon gar nicht, den vom eigenen Vater auch noch, also. Oh. Oh. Oh, das auch noch. Äh, schlecht. So, und jetzt hat die Evelyn natürlich die berechtigte Frage, was denn los ist und warum dieser ganze Zinnober. Stand aside, Evelyn. I have to do this. Aber die Mutter sagt nur, dass sie wegbleiben soll und dass sie das tun muss. So, Evelyn glaubt, dass sie mal wieder überbeschützend ist. I'm sorry, Little Duff. No, I can't believe you. Here, have your dagger back. I don't want it. Na, und jetzt schmeißt sie uns den Dolch wieder vor die Füße und sie hasst uns, glaube ich, gerade richtig. Ja, sie geht jetzt natürlich aus Trotz mit Eragon trotzdem auf die Wanderschaft, weil sie glaubt, sie hat ihre große Liebe gefunden und ja, wir können sich scheinbar nicht aufhalten und sie verabschiedet sich von uns. Ja, und damit dieses Video nicht zu lang wird, verabschiede ich mich an dieser Stelle von euch, ich möchte es auch bei diesen zwei Videos belassen zu for Evelyn. Die Demo ist noch nicht ganz rum, aber ich denke, ein kleines süßes Spiel, das man im Auge behalten kann. Vielleicht, wenn man mal zwischendrin irgendwas mit Romantik, Intrigen braucht und ein bisschen auf die Pixeloptik abfährt. Ich fand es jetzt eigentlich ganz schön zu spielen und sage Dankeschön fürs Reinschauen und bis bald! Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020